Das ist vorbei. Kleberli-Chaos im Haushalt, weil man einfach immer eine Hand zu wenig hat. Dank diesem neuen Klebbanddispenser Fix von Betty Bossi kann man ganz einfach nur mit einer Hand kleberlen. Es ist genial simpel. Drücken, ziehen und loslassen. Reihe nach. Den Klebbanddispenser an der gewünschten Stelle ansetzen und das Gehäuse mit dem Finger runterdrücken. Dann den Klebautomat über die Oberfläche ziehen. Zum Abschneiden einfach den Finger vom Gehäuse nehmen und schon wird das Klebband abgetrennt. Sie sehen es. Der Klebbanddispenser Fix von Betty Bossi kann so einfach an verschiedensten Orten eingesetzt werden. Hier können normale Kleberli gerade einpacken. Klebbanddispenser Fix Geschenkpaket einfach verpacken Abrollen, zukleben, abschneiden in einem Arbeitsgang. Inklusive zwei Ersatzrollen. Bestellen Sie den Klebbanddispenser Fix bei Betty Bossi.